Herzlich Willkommen bei Beratung.com Mit diesem kurzen Video möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, mich persönlich ein wenig näher kennenzulernen und sicher beschäftigen Sie auch die Fragen, warum Beratung, was macht Beratung und was habe ich davon. Beratung ist eine Dienstleistung, die es so auf dem Markt bisher noch nicht gibt. Sicher, auch andere coachen, machen Vorträge, schreiben Bücher und halten Seminare. Bei mir jedoch erleben Sie das in einer einmaligen Verbindung von der klassischen Betriebswirtschaft mit den Fragen der Menschlichkeit. Ganz speziell die Frage, wie bringen wir die Menschlichkeit zurück in unser Unternehmertum und in unser gemeinsames Werken. Weil Sie brauchen nicht nochmal einen Berater und nochmal einen Coach und nochmal einen Trainer, sondern was Sie brauchen ist letztendlich wieder die Rückverbindung zu sich selbst, dass Sie sich als Menschen spüren. Ich selbst war als Führungskraft und Manager in unterschiedlichsten Positionen und habe bei mir selbst, aber auch bei meinen Kollegen und Mitmenschen immer wieder entdeckt, wir wissen, dass wir etwas anderes haben wollen, aber irgendetwas hält uns zurück oder blockiert uns. Nach über zehn Jahren geschäftlichen Erfolgs war ich in einen Verkehrsunfall verwickelt. Und damit war die Prognose verbunden, nie wieder richtig gehen zu können. Die Veränderung hatte davor oftmals schon angeklopft, doch ich wusste damals keine Auswege. Dieses Erlebnis hat mich dazu gebracht, aus Altem der Komfortzone und der Gewohnheit auszubrechen und Neues zu erforschen, weil ich sah, dass die herkömmlichen Wege keine Lösung anbogen. Und ich sage Ihnen heute, Sie brauchen dazu keinen Unfall. Und Sie brauchen auch keinen Rollstuhl. Ich helfe Ihnen dabei, genau das aus dem Weg zu räumen, was Sie daran hindert, dass Sie wieder sich selbst ganz als Mensch sehen und fühlen. Und dass die anstehende Veränderung voll Freude angenommen werden kann von Ihnen. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen kann ich Ihnen helfen, den ursächlichen Kern zu finden und auszuräumen. Und ich kann Ihnen versprechen, das Befreiungspotenzial, das darin steht, die Energie und die Lebensfreude, die Sie danach erwartet, die wird Ihnen helfen, voller Orientierung die nächsten Schritte zu unternehmen. Genau die Schritte, die davor nicht möglich waren. Ob wir zusammen passen, können Sie in einem zweistündigen Impuls-Coaching feststellen. Ich jedenfalls freue mich auf ein persönliches Kennenlernen. Ihr Peter Illen Ja, das ist ein persönliches Kennenlernen. Super!